Der Eibenstock Automix 1801 Zwangsmischer In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Arbeitsprozesse automatisiert. So werden auch für das Vermischen von Baustoffen Maschinen benötigt. Für diesen Arbeitsvorgang benötigt man sogenannte Mischer. Die bekanntesten und beliebtesten Mischer sind die Zwangsmischer. Diese erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt auch aus dem Grund, dass sie im Vergleich zu den anderen Mischern das beste Mischergebnis erzielen. Genau aus diesem Grund möchten wir hier einen hochwertigen Zwangsmischer vorstellen, der in verschiedenen Tests gut abschneiden konnte. Es handelt sich dabei um den Zwangsmischer mit der Bezeichnung Eibenstock Automix 1801. Details zum genannten Produkt Den Eibenstock Zwangsmischer gibt es im Internet für einen Preis von 588 Euro, Stand, 14. August 2016, zu kaufen. Als Anwender des gut verarbeiteten Mischers hat man lange etwas von der Maschine, was daran liegt, dass sie sehr langlebig ist. Des Weiteren weist der Mischer ein Fassungsvermögen von 65 Liter auf, sodass jederzeit ausreichend Baustoffe miteinander vermischt werden können. Beim Mischergebnis konnte der Zwangsmischer in verschiedenen Tests aus dem Internet besonders gut abschneiden. Das sehr gute Mischergebnis trägt dazu bei, dass man den Mischer uneingeschränkt kann. Im Lieferumfang der Maschine ist alles Nötige vorhanden. Im Übrigen hat der Hersteller großen Wert auf die Produktsicherheit gelegt, sodass man bei richtiger Anwendung keine Angst vor Arbeitsunfällen haben muss. Das ist unser Fazit. In fast allen Tests aus dem Internet konnte der Eibenstock Zwangsmischer auf ganzer Linie überzeugen. Positiv hervorheben lässt sich insbesondere das Mischergebnis. Letzteres ist von großer Bedeutung. Das Mischergebnis sagt am meisten darüber aus, ob man den entsprechenden Mischer kaufen sollte oder nicht.